Huma? Huma? Lynx. Dreckiger Van, glaub ich. Dein. Dreckiger Van. Der dreckige Van. Kann mal jemand den dreckigen Van sauber machen? Trink den mal wieder lieber Straße. Die dreckigen Vans. Oh ja. Ja, die Schuhe. Ja. 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 Hast du auch Van sauber? Ich hatte. Ich hatte auch. Aber nicht. Haben wir jetzt im Ferienlager, oder? Ja. Das war in einem anderen Lager, aber okay. Oh, 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 oh. Scheiße. Boah. Drei Jahre und ein paar Monate älter. Vor allem, ich wette in dem Monat auch noch 20, Alter. Und was alt? Das ist in dem Monat danach 19. Hier wird es ein Jahr und einen Monat älter, als ich der Knüch. Ich kann mich mal hinten nicht mehr bis 20 zahlen. Null, null. Alter, natürlich nicht. Kannst du deine Füße noch dazunehmen oder so? Boah, auch nicht hier. Richtig, Alter. Da würde mein Hinten gar nicht bis 20 sehen. Möchte von euch Ideen. Das macht mir blöd an, Aron. Ja, ja, das mach ich. Ja, im Endeffekt. Ja. Ich hab nix Böses gesagt. Ja, aber... Ja, aber ich mach das bei jedem. Du bist da nix Besonderes. Bist du schon wieder? Nee, aber ich entschuldige mich da. Ich soll mir das so, wenn du kommst. Auf dich oder zu dir? Moment. Oh, ich weiß, das hat dann. Ja, 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 ja. Was war der Gothic mal am Tag? Und dann kommt einer. Also, gut in fixen, gut in fixen ones. Anol? WTF? Da kamen eigentlich zwei Mogis. Ja, ja. Chippen! man hat weh geschlafen und heute waren aber jetzt merke ich das ist ja ja jetzt musst du sagen ja das wird aber ein albtraum ja die kleinen kinder stehen auf mich worauf hat er gewartet auf dich ja was für donnerstag kann zu bestätigen dass genau diese infektion auch theoretisch im bauchnabel stattfinden können also ich mache so sorry youtube ist so langweilig korrekt ist schon offen